Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir hier gerade am Set von GSR. Hier wird tatsächlich noch gedreht. Leute, ich werde hier wahnsinnig. Ich zeige euch das hier mal. Ja, sie ist da. Hallo. Hallo. Darf ich einmal Hallo sagen? Ich habe ja schon von Ihnen Autogramm, aber es ist schön, dass ich sie zufällig mal live treffe. Ich werde wahnsinnig. Leute, das ist das geilste Erlebnis heute. Da läuft sie. Maria. Aliasari. Hammer. Ist das geil. Oh, er ist bekannt hier. Ja, frag doch einfach mal, ob du ein Foto machen darfst. Oh, cool. Ja, also wir sind hier gerade zufällig live am Set. Und hier wurde tatsächlich gedreht. Hallo. Und das ist der Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, was genau hier gedreht wurde, also welche Folge, aber es ist Hammer. Ja, ich mein, Jan Vetter lebt ja leider nicht mehr seit ein paar Jahren, aber ein paar vom alten Team sind noch da. Ja? Entschuldigung. Alles gut. Entschuldigung. Der Schwadde der dritte ist. Den kenne ich auch. Den kenne ich aus den neuen Folgen. Ja, genau. Cool. Ja, frag doch einfach mal, ob ein Foto mit ihr zusammen kriegst. Wow. Ich hoffe, dass das irgendwie alles mit drauf ist. Also ich bin so aufgeregt gerade, Leute. Es war wirklich nicht geplant. Ja, wir sind hier eigentlich auf den alten Spuren von GSR. Ja. Und zufällig erwischen wir die gerade hier beim Dreh. Es ist zu geil. Ja. Foto vor David Wache und dies und jenes. Und jetzt direkt noch hier. Ja. Der Hammer. Ja, die sind jetzt fertig mit dem Dreh. Und ja, jetzt kommt das Aufräumen und dann geht's weiter. Wow. Ja. 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 Ja.